Der zweite Ort unserer Besichtigungstour ist die Kurstadt Marienbad. Das ab 1805 entstandene Marienbad beeindruckt durch die willenartige neoklassizistische Bebauung. Sehenswert ist die auf einer Anhöhe liegende Kuranlage. Die gusseiserne Hauptkolonade wurde 1889 erbaut. Hier findet im Sommer das Marienbad statt. Ja se dívám na svět hezky, vždycky zvesela. Zvlášť, když slyším zpívat česky, polku domova. Kvíle našich mladých let, kam pak jste se poděli, když muzika od soboty hrá, až to poděli. Kvíle našich mladých let, kam pak jste se poděli, když muzika od soboty hrá, až to poděli. In der Rotunde befindet sich der Kreuzbrunnen. Insgesamt gibt es 40 Quellen in Marienbad. Kvíle našich mladých let, kam pak jste se poděli. Das historische Zentrum der Stadt liegt unterhalb der Kuranlage und ist sehr beeindruckend. Marienbad wird weltweit als Pärle der europäischen Heilběder bezeisnet. Kvíle našich mladých let, kam pak jste se poděli, když muzika od soboty hrá, až to poděli. Kvíle našich mladých let, kam pak jste se podoba, Sedat je vševení škost, zmusijå, mojeflinci s n Parecekalim. Das war's für heute. Natürlich kehren wir auch hier ein. Der Erzähler isst mal keinen Palatschinken, sondern einen Germknödel. Das war's für heute. Das war's für heute.